Herzlich Willkommen im zweiten Set. Nicht, dass so viele noch da sind. Irgendwie kommen wir früh wieder bei den Fohlsers zu Hause. Und als Session ausgespült. Danke für die Teilnahme. Einmal einen großen Applaus an unseren Bauarbeiter, den Beno Kahnner, der auch einmal muss beten. Mit Alex fährt vielleicht die halbe Arbeit, aber so bleibt es bei dir. Da muss man ausgleichen. So, eines darf nicht unerwähnt bleiben. Wir sind Amateurmusiker, Musikanten. Wir machen das als Hobby. Und keiner will, damit Geld schon dienen, mehr Mane kenne. Das soll nicht unerwähnt sein. Dass man das als Freitandermusik machen muss. Und wir machen es nicht. Das ist ein Angehöroby, ganz schön. Musik 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 Musik